Blau kommt der Eisenstaub und schwarz kommt der Gold. Enthält 75 von Eisenstaub, dann rotes Signal. So, hier wird es zerkleinert, zerkleinert, das kommt hierher. Okay, ich muss zuerst mal das hier alles wieder rausschmeißen, was ich nicht brauche. Da kann ich die hier fertig machen. Überhitzt, okay. Genau, dann wird es ein Signal, so gehört es eingestellt. Gut. Das kommt wieder hier rein. Den Blei und sowas haben wir eh nichts. Ne, da haben wir nur den Staub. Das bringt uns hier nichts. Uran und sowas haben wir auch nichts. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich eins finde. So, du bist Gold. Und dann. So, ein. Und hier das wieder rein und hier das. Somit läuft hier wieder alles. Hier läuft auch. Diese zwei. Gut. Blau. Blau. Schwarz. Und Steinstaub. So. Enthält 75% von dem hier. Dein rotes Signal. Du kommst hier rein. Jetzt bräuchte ich hier ein bisschen Energie drauf. Schwarz. Schwarz. Und sonst, wo das ganze verschiedene Drohnen fliegt. Und dann ist das ein Möbel. ja toll hätte ich auf der anderen seite machen sollen dann wird es gleich aussehen darauf geschissen genau und die drei bleiben die müssen noch bleiben das sind die von den automatischen crafting table ins so waren wir hier stehen geblieben hier jetzt müssen wir noch warten ist er hier kommt wenn ich das gold schon mal wieder abgeben startis in derzeit gold ist hier ich frage mich echt was ein bisschen hier im rechner zieht wir haben keinen tunst aber irgendwas zieht hier im rechner es läuft nicht so flüssig eigentlich wie vor einem update man müssen hier so tust eigentlich für die mona fackel hier weiter hinten sind wir zu hause hier hier zack, 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 winziges Häufchen Silber und kriegt ihr noch eins raus? Ja, ja, kriegt noch eins raus. Nehmen wir auch alles mit gleich. So, blau kommt das rein und bei schwarz kommt das rein. Und hier Gold. So, du kommst hier rein. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir Uran und Blei haben. Gut, dann haben wir jetzt das auch fertig markiert. Hätte ich wahrscheinlich so irgendwann vergessen. Was ist denn hier los? Bitte. Was für Mist hier? Jetzt bände ich hier einfach mal alles. Zack, wir überschleunigen hier. Genau, hier muss ich auch aufräumen. Jetzt stört das Essen jetzt. Habe ich hier eigentlich noch? Hm. Habe ich noch. Nehme ich alle mit hier, weil die bringen sie mir gerade wenig. Weißen hier. So, 16. Okay, das schlichten sie auch alleine. Ist ja cool. Ich brauche jetzt nur reinschmeißen. Da gibt es automatisch weiter. Richtig. Ist ja geil. So, was Neues rausgefunden. So, dann haben wir die ja letzt. Die Kabeln kann ich hier auch wegsodieren. Wollen wir die reingepackt hier? Ne. Sind sie wahrscheinlich hier drinnen? Ne, auch nicht. Aber die Kiste kann ich abreißen. Flüssigkeitsrohr, das machen wir hier nicht herunten. So, das packe ich hier auch dazu. Und die Kabeln kommen hier auch rein. So, jetzt müssen wir die Energiesachen neu bauen, noch. Dass oben wieder das ganze weglaufen kann. Tup, 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 tup. Genau, sind wir ganz unten, ja. So, Energiebrücke. Die werde ich nämlich, wo haben wir das? Hier würde ich nämlich zwei Diamanten wieder verbrauchen. Aber hier gibt es was, wo ich nämlich nur einen brauche. Hier das. Ein Redstone, also zwei Redstone, vier Gold, ein Diamant. Brauche ich für das andere auch einen Diamanten? Äh, das ist der zum Baum. Ne, da brauche ich nur Gold. Wie viel? Die habe ich sogar noch auf der Seite liegen. Vier auf jeden Fall. Genau. Da haben wir welche. 1, 2, 3, 4. Struktur habe ich trennen. Fast voll. Gold. Ach so, da habe ich hier genug in der Werkstatt. Brauche ich das hier jetzt nicht nehmen. Diamanten. 25 Diamanten. Da sind noch welche unten, weil ich bin mal unten gewesen. Einen Diamanten brauche ich. Jetzt muss ich hier wieder alles vor Vordermann bringen. So, dann brauche ich Struktural. Da brauche ich aber nur vier, denn hier brauche ich keinen, oder? Nein. Dann brauche ich nur vier. So, Gold, Gold, Gold. Hier, du kommst mit. Eisen. Vier. Hier. Dann brauche ich einen Profstein, einen weiteren. So, und zweimal Glas. Verstärktes Glas. Verdammt. Ah, hier ist noch was. Gut. 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 Ich frage mich nicht, was hier los ist.